Hallo, mein Name ist Wolfgang Schmidt. Ich bin Leiter des christlichen Reha-Hauses in Bremen. Wir betreuen hier suchtkranke ältere Menschen. Jetzt drücke ich allen Mitspielern die Daumen, die ein Megalos haben. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 1,5. 1.000 Euro fallen auf die 6447, 10.000 Euro auf die 700030, 100.000 Euro auf die 266568 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 3211077. Herzlichen Glückwunsch! Und übrigens, ein Los der Deutschen Fernsehlotterie ist ein prima Geburtstagsgeschenk. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.